Ich kann es nicht. Es muss sich physisch aufgeladen werden. Also, wo ist es? Also, wir müssen es körperlich beheben. Ja gut, dann müssen wir mal gucken, was für außerhalb... Ja, äh... Sollen wir noch ein Kompliment zuwerfen? Nee, nicht, dass wir ihn noch irgendwie böse machen, und er uns noch als unwillkommen in Eindringen sieht. Nee, lass mal gut sein. Wir gehen mal raus aus der Trance. So, ähm... Also, ich vermute mal tatsächlich, dass es hier... eine Notiz... Ähm, wenn ich mich so viel über die Regeln interessiert habe, das Zeichen ist fixiert auf der Wand. Aha! Wohneinheitenregeln. Na gut, bitteschön. Äh, dazu zählt wahrscheinlich nicht, deswegen bitte jetzt einfach mal alle mal kurz wegschauen. Ich versuche mal eben das Dorpanel da wegzumachen. Autsch! Hm, es brach. Ja, das war klar. War mutlich, weil es aus Plastik ist. Das flamste Plastik, das der Falk aus gemacht wurde, war nicht auf die Aufgabe, die ein Panel aus der Wand auszumachen. Mit besseren Qualitätsplänen... Da... Ja... Also... Da kommt jetzt wieder das Metall ins Spiel. Ähm... Warte mal, das ist doch ein Recycler, oder? So, das heißt also im Endeffekt eigentlich... Äh, der hier ist doch sicherlich aus Metall. Nun? Der Mensch will denken für einen Moment, dann display the message. Äh, wrong. Okay, es ist die gleiche Fehlermeldung. Ähm, es ist der Schutz, dass wir hier... Naja, irgendwas mit Metall anstellen. Äh... Und eventuell in Auftrag geben, tatsächlich... Äh... Ja, Metall verwenden zu können. Denn ich denke, das ist tatsächlich... Es ist jetzt eine Lösung. Hi, ich bin Sheffy, Ihr Interactive-Dine. Okay. Die erinnert mich irgendwie so an einen klassischen Anime-Charakter. Ist nicht wahr. Äh, wer bist du denn? Die üblich, äh, obligatorische Frage. Was hast du in meiner Führermeldung gemacht? Hi, ich bin Sheffy. Ihr... Wir haben bereits das Bedeutung. Ich bin der Geist von deiner Führermeldung. Ich bin hier, um zu haben, die Führermeldung der Maschine zu machen. Und alle, die 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 Räume verabschieden sind, die die Räume verabschieden sind. Und alle, die die Räume verabschieden sind, die die Räume verabschieden sind. Ich bin hier, um euch zu helfen. Ähm, puh... Ich bin nicht viel zu liebem Essen. Äh, ja, weiß ich nicht. Da ist ja nicht mal, da ist ja nicht mal, da kommt ja nur Besteck raus. Da kommt ja nicht mal, da ist ja nicht mal Essen drin. Why can't I put metal in the recycler? Das ist ne gute Frage. Ah, ja, da kommen wir wieder zum Thema, dass natürlich alles wieder geschützt ist. Das ist großartig! Es ist so leicht, zu clean werden. Aber was, wenn ich etwas stärkeres, wie Stil? Das hohe Protein-Masch verabschiedet die Führermeldung. Entschuldigung! Das kann ich nicht tun! Ich bin nicht nur der Chef. Es ist mein Job, dich sicher zu halten! Ja, gut, also da kommen wir wieder zu der Aussage, die sie vorhin getroffen hat. Ähm, wir sind doch kein Kind! Verdammte Angst! Wir können auch für selber aufpassen. What about the Trace and Fox? How do I shut you off? Hm, aber das ist sicherlich nicht das letzte Lösung, oder? Ja, wenn sie auszuschalten, dann funktioniert ja gar nichts mehr. Also, wenn ich das vorher nicht verpasst habe, dann ist der Charakter, den wir hier im Übrigen gerade spielen, äh, die sogenannte Laser Season. Ähm, ich weiß nicht, ob das erklärt ist, warum das hier in dieser Kabine eingesperrt ist. Sie ist aber scheinbar trance-süchtig, äh, wie ich mir habe sagen lassen. Ich habe mir so ein bisschen, äh, ja, eigentlich bin ich so ein bisschen genötigt worden, ein Spiel zu testen. Aber ehrlich gesagt, ich fand die Bilder, die man schon am Anfang so gesehen hat, fand ich eigentlich echt interessant. Und so ein Spiel heutzutage zu, ja, in die Öffentlichkeit zu bringen, das ist irgendwo auch mutig. Das muss irgendwo, ähm, ne, ja, weiß ich nicht, zumindest mal aus einer Gesch... aus einer guten Story irgendwo, äh, hervorstechen. Also funktioniert es prinzipiell. Jetzt ist nur die Frage, hm, was kannst du herstellen? Was kannst du machen? Using THP's patented and proven protein-fiber-synthesis-reserve-System, ich bin able to whip up some of the tastiest treats you've ever had. Like? Just wait, before you know it, you'll be having the most cost-effective food you've ever tasted. Ja, ich habe auch das Gefühl, zumal mir bislang noch nicht mal was zu essen hergeschneppt wurde, aber ich müsste auch mal die anderen Sachen probieren, ehrlich gesagt. Ja, ich will aber nicht. Okay. Bye! Jetzt müssen wir doch mal tatsächlich schauen. Wir müssen uns mal ein bisschen umsehen. Was haben wir denn... Wir haben doch bis jetzt noch gar nicht in die Mailbox reingeschaut. Dear Miss Seesim. Ah ja, also ich habe recht gehabt. This measure is to remind you that you have not been attending your scheduled employment meetings. If you do not inform us of absences, you risk losing housing support from the city. Okay, also tatsächlich scheint sie mit ihrer Trendsucht ihren Beruf zu vernachlässigen? Dann haben wir hier... Dear Sir or Miss, my name is Marcus O'Shea. I am the Chief Financial Officer for the Oklahoma General Martin Carter. His recent death at the hands of a rival warlord has left me with 150.000 Quanta... Ist das hier die Währung oder was? Of his finance. If you will allow me to transfer through your bank accounts, I can offer you to share. Okay. Nö. Warum sollte ich das? Hallo? Bekloppt oder was? Oh, Moment mal. Hier ist ein Attachment. Do you want the extra interface speed... Speed... Achso, without. Das ist hier verschoben. Without the extra coast, extra speed with extra farm. Open attached. Da fehlt das H. Image, da fehlt das E. For all info. Das sieht schwer nach Spam aus, oder? Aber natürlich bin ich jetzt so blöde, was ich sonst nie machen würde. Und lade es mir einfach mal runter. So, äh, dann haben wir hier noch was zum Toxic Sigma. Yo, Della. Good hearing from you. Sir, I know really it means you want something. Basically, yes. The batch of blue wetware you got is cracked, so you can grow it yourself. Trust on grey go you place. Es ist ein bisschen schwierig teilweise. Äh, was ist hier was? Water, since that's what makes... Es ist teilweise ein bisschen schwierig aufgrund der Grafik. Ähm, manchmal die Worte so ein bisschen direkt, äh, nur zu lesen, zu erfassen und umzusetzen. Ähm, deshalb bitte ich mich da ein bisschen zu entschuldigen. So, was ist das hier? Äh, Joseph Grego, it needs a few sins. Water, since that's what makes up... Äh, 99% of it. Nutrition is an Organism after all. Und Heat. In the normal stuff I cause it to break... Ach, das ist die Herstellung von dieser biologischen Masse da. Also, die haben wir hier gar nicht im Inventar. Wir sind hier gerade, ähm, in der Trance. So, äh, das ist also alles. Äh, Moment mal, Moment mal, die Mailware? Das ist tatsächlich Mailware. Okay. Was haben wir denn hier für News? Unable to access Shishiki. Sir, please check your network and try again. Okay, wir haben ja, hier können wir die News, da können wir gar nichts lesen. Ich würde sagen, ich weiß nicht, dann gehen wir echt mal raus. Ähm, denke mal, die Lösung liegt nicht zwingend hier drin. Ähm, aber das Problem ist halt eben, wir können nichts aus Metall herstellen. Müssten es aber, ehrlich gesagt. Äh, deswegen stelle ich mir gerade die Frage... Oh, hier oben ist noch ein Ventilationsschacht. I can't get a grip to open it. Not like I could fit through there anyway. Not like I could fit through there anyway.